Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen kleinen Haul für euch oder zwei kleine Hauls. Das erste ist ein Bücher Haul. Ich habe bei Booklooker bestellt und mir ein paar Bücher herausgesucht zum Thema Nähen. Das eine ist das hier, Kinderwelt. Hintergrund ist einfach, ich möchte mal wieder meine Nähmaschine ein bisschen häufiger verwenden und habe dafür Inspiration gesucht. Und ich denke, ich werde hier ein paar Sachen finden. Das ist das erste. Das zweite ist Babygeschenkenähen. Ich blätter jetzt nur mal durch, dass ihr so ein bisschen was seht. Dann habe ich hier Patch Happy. Da hat mich vor allen Dingen die Eule angedacht. Das ist dann eher so Home-Dekor-Sachen. Huch, bin gar nicht richtig im Bild. Dann habe ich mir noch eine Kindernähschule von Top und ich habe von Top auch schon eine Zeichenschule und die finde ich sehr gut. Und deswegen auch die Kindernähschule und ich hoffe einfach, wenn es für Kinder gut erklärt ist, dann passt das auch für Erwachsene. Dann habe ich mir noch zwei Bücher zum Thema Zeichnen geholt. Einmal ein Handbuch zeichnen. Typische Zeichenschule, Theorie, Praxis, Driller. Und dann habe ich mir noch ein Buch Blumen Aquarelle für Einsteiger geholt. Ich will auch ein Aquarell bisschen mehr üben und ich denke, wenn man hier so ein paar Sachen mal Schritt für Schritt gemacht hat, dann hat man auch die Idee, wie das funktioniert und kann das dann auf andere Themen anwenden. Das war der Bücher-Hall. Dann habe ich noch was eingekauft, was jetzt nicht in Richtung Basteln geht. Und zwar ist das hier stellvertretend. Ich habe jetzt tatsächlich meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abgeschlossen und gehe da jetzt, sagen wir mal, drei bis vier Mal die Woche ist mein Ziel. Momentan schaffe ich es täglich und dann schauen wir mal, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Und dann war ich noch beim Action, weil wir waren mal wieder in Augsburg und die haben neue Paperpads. Einmal haben sie diese A4 Paperpads. Gibt es auch noch andere Varianten. Ich habe jetzt erstmal das schwarz-weiße geholt. Bei buntes Papier habe ich reichlich. Neutrale Farben brauche ich immer. Es ist auch so, es ist von der Rückseite halt farblich angepasst, wenn ich die anderen Glöcke holt. Hier ist es jetzt Grau und Weiß. Bei den anderen ist dann wirklich eine bunte Rückseite. Dann habe ich mir geholt den hier, weil ich die Kombi von Grün und Lila sehr mag und auch die Papiere sind sehr schön. Und da hat man halt Lila, passendes Grün und zwischendurch immer diese Dessert Femmes. Der hat mir gut gefallen. Den habe ich mitgenommen. Es gab auch noch andere Varianten, aber die habe ich da gelassen. Ich kann es mir nicht leisten, Sachen nur zu kaufen, um sie zu zeigen. Andere YouTuber können das, aber da YouTube für mich ein Hobby ist und ich damit Geld verdiene, hole ich nur das, was ich wirklich auch verbasteln will. Dann habe ich mir mitgenommen Spitze. Eigentlich habe ich genug Spitze, aber das ist selbstklebende Spitze. Sprich, die ist eher fürs Kartengestalten und Basteln gedacht. Und meine andere Spitze kann ich ja auch zum Nähen und zum Kartengestalten nehmen. Und deswegen durfte ich mit, weil die selbstklebend ist. Sonst hätte ich sie da gelassen. Ich habe eine Farbe Blau und Pink. Es gab auch da noch weitere, aber ich dachte, die Farben passen gut zu dem, was ich hier sonst so darf. Und dann habe ich mitgenommen, sie haben neue Perlensets in so Holzboxen. Und da habe ich mir das Lilane mitgenommen. Mir gefielen die Steine hier unten sehr gut. Die großen Perlen hätte ich jetzt nicht dringend gebraucht, aber die passen dann immer dazu. Und wäre das Gold noch Silber gewesen, wäre es mein ideales Set. Dann hätte ich auch zwei mitgenommen. So ist es erstmal bei dem einen geblieben. Dann haben sie neue Feinleiner. Und eigentlich hätte ich sie nicht gebraucht, aber ich finde das Design sehr schön. Und ich weiß jetzt nicht, was für eine Spitze sie haben. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie diese andere Spitze haben. Aber da gucken wir gleich mal rein. Und wenn die nicht gut schreiben sollten, dann machen sie zumindest optisch was. Jetzt will ich jetzt mal noch gucken, wie das aufgeht, ob das irgendwie verklebt ist. Das ist auch schon offen. Einfach mal eingenommen. Genau. Die haben nämlich diese andere Spitze. Seht ihr das? Nicht diese ganz dünne, die immer ausfranst, sondern so eine sehr harte Pinselspitze. Und mit der komme ich besser klar. Weil die gehen einfach nicht so schnell kaputt. Genau. Ihr wollt mir ausprobieren, wie die schreiben. Vor Nummer habe ich hier irgendwo noch einen Papierrest. Da hinten habe ich noch eine Verpackung. Und die schreiben wunderbar. Und durch diese Spitze kann man halt auch sehr gut variieren. Wenn ich leicht aufdrücke, kriege ich dünner. Wenn ich aufdrücke, kriege ich ein bisschen dicker. Ich heize euch nochmal ein bisschen ran. Und die sind halt super, sowohl fürs Bullet Journaling als auch zum Zeichnen, weil die halt A, sie gehen nicht so schnell kaputt und B, sie sind ein bisschen variabel in der Freude. Dann habe ich mitgenommen neue Eddingstifte. Unsere geben so nach und nach alle den Geist auf. Und die brauche ich auch eher in der Küche zum Beschriften als wirklich zum Basteln. Und dann habe ich mitgenommen Markerpapier. Das Markerpapier, wer es kennt, ist immer so, dass es eine Seite, das ist sehr dünnes Papier, aber das ist so beschichtet auf einer Seite. So, entschuldige, da wollte mein Partner was von mir. Genau, diese Markerpapier ist immer sehr dünnes Papier, anders als in den Skizzenbüchern, die sie haben für Aquarell und Marker. Das ist sehr dünnes Papier, das ist aber auf einer Seite beschichtet, sodass es eigentlich nicht durchblutet. Und da Markerpapier sehr teuer ist und das sehr günstig war, habe ich gesagt, zum Üben nehme ich mir das mit. Noch ein Tipp zum Markerpapier. Es ist immer so, bei Markerpapier eine Seite geht gut, eine Seite geht schlecht, weil das ist dann die Seite, wo die Beschichtung drauf ist. Also ihr müsst vorher mal ausprobieren, wie rum das Papier gehört. Ich weiß zum Beispiel, bei meinen Markern war ein Papier dabei und man vermutet ja, wenn man es aufklappt, die Oberseite benutzen, die Unterseite ist beschichtet. Bei dem war es aber genau andersrum, da war die Unterseite zu benutzen und die Oberseite war beschichtet. Und weil das viele nicht wussten, haben sie gesagt, das Markerpapier, was dabei ist, ist absoluter Morgs. Aber wenn man es umdreht, funktioniert es sehr gut. Was ich dann immer mache, ich nehme mir das erste Blatt, lasse es drin, mache da auf beiden Seiten ein paar Tests und dann kann ich gucken, welche Seite mir besser gefällt. Noch ein Tipp, die Beschichtung von dem Markerpapier ist natürlich nicht unendlich dick. Also wenn ihr darauf arbeitet und direkt im Block arbeitet, legt trotzdem eine Folie dazwischen. Weil gerade wenn ihr viel schichtet und viel blendet, kann es passieren, dass es trotzdem durchdrückt. Ansonsten weiß ich ja von vielen von euch, dass ihr gerne mit Markern arbeitet. Und wenn ihr das Papier nehmt, saugt das Papier nicht so und die gehen nicht so schnell leer. Deswegen ist es auch ein sehr dünnes Papier. Genau. Das war es eigentlich aus dem Bastelbereich. Jetzt kommt noch ein bisschen was auf den Privatbereich. Zum einen habe ich mir wieder Chiasamen mitgenommen. Die sind dort verhältnismäßig günstig. Sie sind nicht billig. Es sind immer noch Chiasamen. Es ist ein exotisches Produkt. Das kommt nicht aus Deutschland. Aber sie sind günstig. Ihr müsst aber aufpassen, die haben jetzt zwei Sorten von Chiasamen. Die sind günstig und dann hatten sie noch so Raw Food Chiasamen. Die haben fast das Doppelte gekostet. Dann durften noch mit zweimal Haarmasken, weil zum einen meine Haare momentan wieder leiden. Das liegt auch am Wetter. Und zum anderen ist es für mich mittlerweile eine Routine geworden. Gerade wenn ich schwimmen war oder so und in dem Chlorwasser. Hinterher kommt eine Haarmaske drauf. Dann habe ich mir einmal eine fruchtige mitgenommen. Die ist jetzt mit Goji Beeren. Da gab es auch noch Banane. Aber Banane habe ich noch was da. Dann habe ich mir eine mit Avocado mitgenommen. Genau, das war mein kleiner Action Haul. Bezahlt habe ich etwas über 19 Euro. Genau und dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Je nachdem wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017